Hallo zusammen, er ist Timo und ich bin Fabian und wir machen beide momentan die Lehre bei der BRD Buch AG als Logistiker EFZ. Willst du wissen, wieso uns die Lehre bei der BRD Buch AG so gut gefällt und wie unser Alltag so aussieht? Dann komm jetzt mit! Die BRD Buch AG ist ein technisches Grosshandelunternehmen und hat Beschläge und Licht im Sortiment, die oft in Küchen und Möbeln verwendet werden. Zu unseren Kunden zählen hauptsächlich Schreiner und Elektriker. Unser Hauptlager und unsere Produktion sind in Sigurdshause zu finden. Zu unseren Aufgaben gehören das Rüstung von Artikeln. Das bedeutet, dass wir die Ware aus dem Regal nehmen und im Anschluss dann den Transport sicher verpacken und davon senden. Ebenfalls erhalten wir täglich Warenigänge von unseren Lieferanten. Unsere Aufgabe ist dabei die Annahme und die Kontrolle der Ware. Wenn alles in Ordnung ist, kann die Ware anschliessend eingelagert werden. Was mir besonders gefällt, ist die gute Zusammenarbeit im Team. Denn das ist für mich ein wichtiger Faktor für den vermotivierten Arbeitsalltag. Du darfst beim Bucher schon früh selbstständig arbeiten und Verantwortung mittragen. Ist dir die Neugier schon geweckt? Dann bewirb dich jetzt beim Bucher. Wir freuen uns auf dich. Dann haben wir uns auf die Weg nach, dass wir die Lage in der Welt kommen. Dann werden wir uns auf die Höhe und das ganze Höhe und das ganze Höhe. Schuss. Vielen Dank.